Hey, Zubkuchen! Na, ich bin wieder zu Hause! Papa! Kind, der Krieg ist jetzt auch zu uns gekommen. Denk einfach, dass du in Ferien fährst, sagte meine Oma. Aber wie Ferien sah das nicht gerade aus. Denn wir alle weinten. Die Mütter, die Kinder, die Omas. Nur der Fahrer. Der meinte nicht. Wer kann segeln ohne Wind oder ohne Ruder? Wer kann schreien ab von seinem Raum? Ich bin im Ausland! Ich bin im Ausland! Ich bin im Ausland! Untertitelung des ZDF, 2020